Long ago, two races ruled over. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge angespielt. Undertale. One day war broke out between... Ja, ist ja okay. Äh, ja. Herzlich willkommen dazu. Das Spiel wurde mir vor kurzem geschenkt, während der Weihnachtsaktion. Und dieses Spiel ist ein Rollenspiel, wo du nichts kaputt machen kannst. Mount Abbot in 2010 bis 2019. Ähm, Legenden besagen, jeder, der den Berg bestiegen hat, kam nie wieder zurück. Und im Spiel kann man wohl nichts kaputt machen, ja. Überlegt gerade noch. Ihr seht es übrigens genauso gerade wie ich, ne? Ich sehe auch nur dieses kleine Fensterchen hier. Ich glaube, es ist aber gerade im Fullscreen-Modus. Kann sein, dass es eigentlich im größeren Modus sein sollte? Also, nur so ein Fenster sein sollte. Mal gucken. Ein Spiel, wo man nichts kaputt macht. Oh, wunderbar. Klingt für mich... Uch. Press 2 oder Enter. Wir drücken Enter. Instruction. Z oder Enter, Confirm. X oder Shift, Cancel. C oder Control, Menü. F4 Fullscreen. Hold, Escape, Quit. One HP ist 0, you lose. Hä? Oh, oh, oh. Oh, verdammt nochmal. Kein Deutsch. Gut, das heißt, wir haben mal Z, X und C. Genauso wie bei Grandia damals. Tatsächlich die gleichen Einstellungen. Und Z ist bestätigen. X ist canceln. C war aber auch canceln gewesen. Grandia 2. Egal. Name the fallen human. So heißen wir. Wie heißt es jetzt? Not very creative? Ah, doch. Alles super. Geiler Name. Hey, Bro. Get up. Ah, ja. Dum 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 dum. Ein Blümchen. Ich bin Flowey. Flowey die Blume. Hm. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Ein Herz. Aber wir können doch sterben. Hat das Spiel verwechselt? Hm. Okay. Wir sind langsam 20 HP. In dieser Welt heißt es töten oder getötet werden. und wir können doch sterben. Sterb. Hihihihi. Ähm. Hä? Was für eine geschreckliche Kreatur Tore hier, der beschützt uns Ah, vielen Dank Ist aber nett von dir Kann ich das mitnehmen? Ah, unser HP wurden vollständig aufgeführt und wir können speichern an solchen Punkten Die Ruinen sind voll von Puzzlen Sehr nice, gefällt mir Hm, ich weiß nicht, wir haben scheinbar nichts gemacht Wir müssen mehrere Knöpfe jetzt drücken oder Schalter bewegen Bleib auf dem Weg Press Z to read signs Danke Warum die letzten nicht mehr? Funktioniert gar nicht Okay Okay, doch, hier gibt's doch Gegner Hm, interessant Hm, wir sind ein Herz Ah, witzig Oh, das ist ja cool Oh, das ist ja ein geiles Kampfsystem Wir können selber entscheiden, ob wir gut sind oder nicht Anhand von Skill Ah, geil Komm, lass mich jetzt alleine machen Frogget Ah, doch 10 Erfahrungen, 20 Gold Meine Liebe Mein Leben hat sich Mein Liebe Love ist Liebe Cool, spawn einfach so ein Monster Das ist das Puzzle, aber Hier, nimm mal eine Hand für einen Moment Ihr seht Die Stacheln öffnen sich nur dann, wenn sie wirklich geöffnet werden können Ihr müsst einfach ein bisschen in die Nähe gehen Und das unter mir Das öffnet sich gar nicht Es ist relativ einfach, sowas gab es in Lufia tatsächlich auch Lufia 2 Nämlich gerade hier als großes Vorbild für dieses Spiel Oder als großen Vergleich Da gab es auch ähnliche Spiele Äh, äh, ähnliche Rätsel War allerdings auf Deutsch Komm, lass mich kämpfen, Alter Wo ist das denn? Hab ich dir entdeckt? Natürlich Grüß dich, mein Kind Keine Sorge Ich verlasse dich nicht Come on, ich will spielen Ich bekomme mal ein Telefon Ist klar Warum auch nicht, ne? Ring, ring Boah, seriously, Alter? Hau ab jetzt Ah, herrlich Tod Nee, noch nicht ganz 18 Leben Oh, der hat ein bisschen mehr Achso, ich muss Lord, ich muss ausweichen Ja, fuck, Alter Wie geil ist das denn, bitte? Drei Oh Ist aber wenig Gumm, hier oben kommt es lang Es sagt, take one Take a piece of candy Yes To open the menu Items Monster candy Info Monster candy 10 AP Has a distinct Non-Liquorical Flour 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 Achso, schaffen wir gar nicht, oder? Ich glaube, wir können da gar nicht lang. Wimsohn, hoch! Ich glaube, wir müssen tatsächlich echt lang. Butterscotch, Butterscotch oder Zimt in dem Butterscotch. Klick! Oh, Alter! Du magst, du nicht disliken, oder? Ich habe ein Video und was ihr preferences habt. Ah, verdammt nochmal! Ich trink immer zu schnell. Ah, ist das geil! Ach, tot! Nice! Sicherung von C ist unser Menü. Stat. XP 21 heißt Next 9, das heißt in... Ähm... Okay, X. Eine neue Erfahrung. Haben wir das nächste Level? Wow! Please don't stop on the leaves! Ah, okay. Hier muss man lagen. Okay, verstehe. Schon vergessen. Ich glaube, so war... Ah, verdammt nochmal. Echt witziges Spiel muss ich sagen. Gefällt mir. Okay. Okay. So, ich glaube, so war... Ah, ich habe es wieder vergessen. Okay, ein Stück weiter rechts. Und jetzt. So war... Naja, ist okay. Fühlt mir ins denn, ne? Ja. Sehr gut. Der Abfall kam mal weg. Das ist viermal hier. Und dann... wir dürfen nur... einfach mal weg. Ach komm, ist egal. Wir kennen die alle schon irgendwie. Ach du Scheiße. Sexy Wiggle. Ach du Kacke, ey. Tot. Ach geil. 27. Sehr gut. Zur Hälfte gekillt. Uch, sehr voll widerlich, ey. Aber die bringen mir auf jeden Fall sehr viel Erfahrung. Kraftsystem ist sehr gewohnungsbedürftig. Aber ist gut, solange du wirklich Skill hast, kann eigentlich nicht viel passieren. 9er-Fahrung, 9 Gold. Ja, meine, unsere Liebe ist erhöht. Partner? Der Stein redet mit mir. Hm? Ey, falsche Richtung, Kollege. Der verarscht uns. Er ist jetzt zurückgelaufen, weil er nicht gewusst hat, dass er da stehen bleiben sollte. Das ist ja witzig. Oh nice. Da ist ein Maus und Loch über uns. Okay, wenn der Maus kann man gar nicht viel machen. Ein Gespenst. Nein. Doch, okay. Wir hatten gar keine Wahl. Warum tust du es nicht einfach? Sonst soll ich einfach wegschieben. Napster-Block. 23 Schaden. Unser erster Boss-Gegner. Okay. Witziger Gegner. Wir sind nicht auf dem jetzt. Sorry. Ich glaube, wir durften einfach nur nicht in den Buchstaben drin stehen. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum- ich habe eine erfahrungspunkt verloren ist eine verarsche und frosch spider bag sale or proceed go to real spiders lief 18 gold in der web nie ja ich habe einen donut bekommen witzig 6 x 742 gold bräuchte um das ding voll zu machen interessant Did you miss it spider bakes her down and to right come eat food made by spiders for spiders of spiders Ribbit ribbit Oh ich kann das ah cool ich kann es mit Tut mir leid ich mache das nicht warte 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 Pressing nix oh not youtube und nach youtube Aber der vierzeit fullscreen So you know by now a monster we as a yellow name when you can spare It's very helpful Das heißt geht monster mit gelbem namen die können wir umgehen weil sie einfach schwach genug so wahrscheinlich und uns nichts bringen Klick Lux luke skywalker Please don't pick Unfair Ah ist noch nicht tot Es muss nicht stehen das ist keine falsche entscheidung Just just one switch es gibt nur einen hebel Ich sage das so wie hier hinten Ach Mist Ich weiß natürlich Links ist noch was Was ist links Verdammt nochmal Eine vegetarische karotte Sie ist böse Uff 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 Mach gut Schaden Ja Ich bin tot Echt witzig das spiel Wird nicht langweilig Ach leck mich doch Ja Ich pech habe ich zweimal getroffen man sollte sich am anfang nicht treffen lassen Ich habe kein leben mehr ne Es ist ein switch Es ist ein switch press es Ja ok Ja ok Nichts passiert Nichts passiert Nichts passiert Ok durch gar nichts Ok Coole Na gut Ähm Items Spider Donut 12 HP haltest aber nur naja gut, das war's gewesen, meine Freunde mit dem Wagen gespielt zu Undertale, ist das war ein sehr schönes Spiel ich kann es mir aber nicht auf längerfristige Dauer vorstellen ähm aber es ist ein sehr schönes Spiel, muss ich sagen, gefällt mir sehr gut wenn es in Deutsch wäre, würde ich es mir überlegen rein auf Englisch gefällt mir die Spiele längst nicht so sehr deswegen, meine Freunde, das war's gewesen, mit dem Wagen gespielt zu Undertale bis zum nächsten Mal, tschüss